Dateien zwischen einem Windows-Computer und einem iPhone hin und her zu bewegen, kann, um es ein bisschen vorsichtig auszudrücken, ziemlich nervig sein. Man braucht dann irgendwie Software oder iTunes, ein Kabel und irgendwie funktioniert doch nicht alles so richtig, wie man sich das vorstellt. In diesem Video zeige ich dir deshalb einen einfachen Trick, wie man das Ganze komplett ohne Kabel und ohne Software lösen kann. Wichtig ist dafür nur, dass sich beide Geräte, also der Computer, und das iPhone im selben Netzwerk befinden, denn wir werden das Ganze über eine Netzwerkverbindung realisieren. Das Erste, was ich tun muss, damit das Ganze funktioniert, ist auf meinem Windows-Computer einen neuen lokalen User anlegen. Und das kann ich tun, indem ich einmal auf das Startmenü klicke und dann klicke ich oben in meine Suche und ich kann hier entweder Eingabeaufforderungen eingeben oder relativ kurz CMD, das ist die englische Abkürzung. Dann bekomme ich diese Eingabeaufforderungen-App hier vorgeschlagen und muss hier jetzt, weil ich einen Nutzer anlegen möchte auf meinem PC, einen Rechtsklick machen und als Administrator ausführen auswählen. Es kann sein, dass ich das Ganze dann nochmal bestätigen muss, da ich hier eben Änderungen am Gerät zulasse, wenn ich das als Administrator ausführe, aber dann sollte ich dieses Fenster bekommen, in dem ich einfach Befehle eingeben kann. Und um einen neuen lokalen Nutzer anzulegen, muss ich folgendes Kommando benutzen. Ich tippe einfach Net, User und dann in Anführungszeichen den Nutzernamen, den ich verwenden möchte. Den kann man sich im Prinzip frei aussuchen. In meinem Fall nenne ich das Ganze einfach mal iPhone. Und dann kann ich optional, würde ich allerdings auf jeden Fall empfehlen, hier noch ein Passwort vergeben. Damit das gleich für uns relativ einfach ist, nehme ich in meinem Fall einfach 123. Hier aber auch die Empfehlung, man sollte natürlich ein starkes Passwort auswählen. Und abschließend kann ich das Ganze mit einem Forward Slash und dem Schlüsselwort Add. Und wenn ich das Ganze jetzt mit Enter bestätige, dann sehe ich, der Befehl wurde erfolgreich ausgeführt. Wir haben jetzt einen neuen lokalen User mit dem Namen iPhone und dem Passwort 123 auf unserem Computer. Gleich hier vielleicht auch noch der Hinweis, wenn ich diesen lokalen User irgendwann wieder entfernen möchte, dann muss ich einfach nur wieder Net, User tippen. Mein Benutzernamen, den ich vergeben habe, das Passwort brauchen wir in diesem Fall nicht, aber ich schreibe einfach nur den Forward Slash und Delete. Und auch hier sehen wir, das Ganze wurde erfolgreich ausgeführt. Wir brauchen unseren Nutzer aber natürlich. Dementsprechend kann ich jetzt einfach meine erste Zeile hier oben nochmal eingeben oder ich drücke einfach zweimal die Pfeiltaste nach oben, um durch meine letzten Befehle durchzuspringen und ich füge mit der Enter-Taste unseren Nutzer erneut hinzu. Dann können wir unsere Kommandozeile hier erst einmal minimieren. Schließen würde ich das Ganze nicht, denn wir brauchen es gleich nochmal. Zunächst möchten wir allerdings einen Ordner auf unserem Computer erstellen, den wir sozusagen als geteilten Ordner zwischen iPhone und Computer verwenden. Dazu öffne ich einfach meinen Datei-Explorer. Man kann das Ganze dann machen, wo man möchte. Ich mache es bei mir einfach mal auf dem Desktop. Ich erstelle dir hier einen neuen Ordner und diesen nenne ich einfach mal Transfer. Auch hier den Ordner kann man eigentlich nennen, wie man möchte. Um diesen Ordner dann später für unseren neuen iPhone-Nutzer zugänglich zu machen, muss ich dann direkt einen Rechtsklick auf diesem Ordner machen und die Eigenschaften öffnen. Und in diesem Eigenschaften-Fenster habe ich hier oben als zweiten Reiter Freigabe. Und hier müssen wir jetzt verschiedene Dinge freigeben. Zunächst einmal klicken wir einfach auf diese normale Freigabe hier. Und dann bekomme ich dieses Fenster. Ich soll Personen für die Freigabe auswählen. Ich gebe jetzt einfach mal meinen Nutzernamen ein. Wichtig, dass man sich hier nicht vertippt. Und klicke auf Hinzufügen. Sobald ich das gemacht habe, kann ich noch die Berechtigung ändern. In unserem Fall wird das hier standardmäßig auf Lesen gesetzt. Ich wähle das allerdings einmal aus und ändere das auf Lesen und Schreiben. Denn dieser Nutzer soll ja später auch Dateien von unserem iPhone hier rüberschieben können. Dann kann ich einfach auf Freigabe klicken und das Ganze ist erledigt. Hier klicke ich dann nochmal auf Fertig. Jetzt mache ich nochmal einen Rechtsklick auf den Ordner und gehe zu den Eigenschaften. Und in diesem Fall wählen wir unter dem Reiter Freigabe die erweiterte Freigabe aus. Dann bekommen wir dieses Fenster und ich möchte das Häkchen setzen bei diesem Ordner freigeben. Und dann klicke ich hier unten noch einmal auf Berechtigung und kann jetzt neue Nutzer hier hinzufügen. Wir sehen, dass wir hier standardmäßig schon alle drin haben. Ich klicke allerdings einmal auf Hinzufügen und gebe dann hier meinen Nutzernamen wieder ein. Diese Schritte, das gebe ich zu, sind nicht ganz so intuitiv, aber wir müssen das Ganze nur einmal machen, damit das funktioniert. Nachdem ich den Nutzernamen eingegeben habe, kann ich Namen überprüfen anklicken. Dann wird mir das Ganze vervollständigt und ich bestätige das Ganze einfach mit OK. Wenn ich dann hier jetzt meinen neu hinzugefügten Nutzer auswähle, möchte ich auch hier das Ganze nicht nur mit Leseberechtigung, sondern mit dem Vollzugriff hinzufügen. Dann klicke ich einmal Übernehmen und OK. Auch in diesem Wasser nochmal übernehmen und OK. Und kann die Eigenschaften meines Ordners dann schließen. Wir haben den Ordner jetzt eigentlich soweit vorbereitet, dass unser lokaler Nutzer iPhone eben darauf zugreifen kann. Denn dieser User hat die entsprechenden Berechtigungen, um in diesem Ordner zu lesen und zu schreiben. Also das, was wir brauchen, um Dateien eben in beide Richtungen auch verschieben zu können. Wir sind jetzt fast startklar, sodass wir uns mit dem iPhone verbinden können. Wir brauchen allerdings noch die IP-Adresse unseres Computers. Und dazu werden wir nochmal kurz unsere Eingabeaufforderung bemühen. Und hier gebe ich jetzt einen anderen Befehl ein. In diesem Fall brauche ich die IP-Adresse meines Computers. Und die finde ich, indem ich hier eingebe IP-CONFIG und dann das Pipe-Symbol. Und dann tippe ich hier noch Find und in Anführungszeichen IP, beides großgeschrieben, ein kleines V und die 4. Und dann schließe ich meine Anführungszeichen wieder. Und wenn ich das bestätige, dann sollte ich hier eine IP-Adresse bekommen. Die ist für jedes Gerät natürlich anders. Das bedeutet, bei dir steht hier eine andere IP-Adresse. Die kannst du dir allerdings einfach direkt einmal rausschreiben, denn die brauchen wir gleich. Und jetzt wechseln wir auch direkt schon zu unserem iPhone. Auf meinem iPhone muss ich jetzt die Dateien-App öffnen. Die hier mit diesem Ordner-Symbol gekennzeichnet ist. Wenn man die nicht direkt findet, kann man auch einfach danach suchen. Ich öffne die Dateien-App und dann muss ich oben in der rechten Ecke, wenn ich mich unten im Reiter Durchsuchen befinde, auf diese drei Punkte klicken. Und hier habe ich verschiedene Optionen. Das, was ich hier machen möchte, ist mich mit einem Server verbinden. Dementsprechend klicke ich die zweite Option mit Server verbinden an. Und hier muss ich jetzt eigentlich einfach nur die IP-Adresse eingeben, die wir gerade eben mit unserer Eingabeaufforderung herausgefunden haben. In meinem Fall war das die 192.168.178.98. Hier musst du allerdings einfach die IP-Adresse angeben, die du herausgefunden hast. Und dann klicke ich hier oben rechts auf Verbinden. Ich kann dann noch auswählen, ob ich mich als Gast verbinden möchte oder als registrierter Benutzer oder Benutzerin. In meinem Fall haben wir ja diesen lokalen Nutzer angelegt auf unserem Windows-PC. Und dementsprechend muss ich jetzt hier Benutzername und Passwort eingeben. Der Benutzername in meinem Fall war iPhone. Das ist hier auch schon für mich eingetragen. Und als Passwort hatte ich 123 vergeben. Hier musst du natürlich das eingeben, was du beim Anlegen des lokalen Users in der Eingabeaufforderung festgelegt hast. Sobald das fertig ist, kann ich auf Weiter klicken. Und dann wird sich mit diesem Server verbunden. Und wir sehen direkt hier, dass wir diesen Transferordner haben, den wir gerade auf unserem Windows-PC angelegt haben. Und ich habe jetzt mit meinem iPhone Zugriff auf diesen Ordner. Und das war es eigentlich schon. Wir sind jetzt also in der Lage, Dateien hin und her zu schicken. Und wir beginnen damit, dass wir etwas vom iPhone auf unseren Computer übertragen. Ich habe hier ein Bild in der Fotos-App auf meinem iPhone und das möchte ich gern auf meinen Windows-PC übertragen. Alles, was ich dafür tun muss, könnte ich natürlich auch mit mehreren Bildern machen, ist links unten auf das Teilen-Symbol klicken. Und wenn ich dann ganz weit nach unten scrolle, dann finde ich irgendwo in Dateien sichern. Hier ist das bei mir in diesem letzten Abschnitt als zweites Element. Und wenn ich in Dateien sichern anklicke, dann öffnet sich wieder meine Dateien-App. Hier möchte ich dann zurechts einmal zurück zu meiner Startseite, also zu allen Speicherorten gehen. Und dann sehe ich unter dem Abschnitt Geteilt hier meine IP-Adresse wieder und kann das einfach mal anklicken. Dann verbinde ich mich wieder eben mit diesem Server und ich wähle den Transferordner aus. Und sobald ich diesen Ordner ausgewählt habe, kann ich einfach rechts oben auf Sichern tappen und das Bild wird in diesem Ordner gespeichert. Das wird dann von meinem iPhone hier eben reingepackt und ich kann das auf meinem Computer wieder dementsprechend abrufen. Zurück auf unserem Computer kann ich jetzt einfach mal den Transferordner öffnen. Ich sehe in diesem Ordner jetzt dieses neue Bild und wenn ich das einmal öffne mit einem Doppelklick, dann sehen wir, dass wir hier dieses wunderschöne Bild von Hamburg haben, das wir gerade eben von unserem Handy übertragen haben. Jetzt wollen wir uns natürlich noch anschauen, wie das Ganze in die andere Richtung funktioniert. Und es ist wahrscheinlich sogar noch einfacher, denn ich kann jetzt einfach auf meinem Computer hier eine Datei in diesen Transferordner verschieben und dann kann ich mit meinem iPhone wieder auf den Ordner zugreifen und bekomme diese Datei eben auch. Ich habe hier zum Beispiel eine Excel-Datei, die ich auf meinem iPhone haben möchte, in meinem Dokumenteordner und dann kann ich das Ganze einfach hier mit Drag & Drop in meinen Transferordner verschieben und das hier einfügen. Jetzt, nachdem ich die Datei in den Transferordner verschoben habe, kann ich mit meinem Handy wieder darauf zugreifen. Und auch das schauen wir uns noch kurz zusammen an. Um diese Datei jetzt auf dem iPhone zu finden, muss ich einfach wieder nur meine Dateien-App öffnen und innerhalb dieser Dateien-App meinen Transferordner finden. Und wenn ich den jetzt öffne, dann lädt das Ganze kurz. Je nach Verbindung, ob sich das Ganze eben wieder ausgelockt hat, kann das immer ein bisschen dauern. Aber nach kurzer Ladezeit sollten wir dann die Dateien sehen. So, das Ganze hat sich mit dem Server jetzt wieder verbunden und ich sehe jetzt hier auch meine Excel-Datei mit den durchsuchbaren Dropdowns. Und kann diese öffnen, indem ich sie einfach nur anklicke. Dann lädt das Ganze kurz. Ist erst einmal nur in dieser Vorschau. Wenn ich das jetzt auf meinem Handy noch woanders speichern möchte, kann ich einfach links unten wieder auf dieses Teilensymbol klicken und das dort speichern, wo ich möchte. Ich kann ein bisschen nach unten scrollen und einfach in Dateien sichern auswählen. Aktuell ist das nämlich ja nur in diesem Transferordner. Und dann könnte ich das einfach zum Beispiel in meinem Dokumenteordner speichern. Dass ich es eben auch wirklich lokal auf meinem iPhone habe. Ich kann natürlich hier auch noch irgendeinen anderen Ordner auswählen, wenn ich das möchte. Ich möchte es aber einfach mal direkt in Dokumente speichern und klicke oben auf sichern. Und wenn ich dann die Excel-App auf meinem Handy installiert habe, kann ich diese Datei jetzt auch nutzen. Ich habe sie also aus dem Transferordner auf mein Handy übertragen. Man kann natürlich immer noch sagen, dass das relativ viel Aufwand ist. Und gerade der Anfang, wo wir eben diese ganzen Kommentare oder Befehle in unserer Eingabeaufforderung benutzen müssen, ist vielleicht nicht besonders intuitiv. Aber es funktioniert. Und wir haben, wenn wir das Ganze einmal gemacht haben, einfach diesen geteilten Ordner auf unserem PC. In unserem Fall ist das der Transferordner. Und können Dateien einfach und schnell hin und her schieben. Vor allem ohne Kabel und ohne irgendwelche Software, die im Zweifel dann doch nicht das macht, was wir möchten oder ständig Updates braucht etc. Wenn dir das Video gefallen hat oder weiterhilft bei deiner täglichen Arbeit mit dem iPhone in Kombination mit einem Windows-Computer, dann freue ich mich natürlich sehr über ein Like. Außerdem schau doch gerne mal auf unserem Kanal vorbei, wenn du uns noch nicht abonniert hast. Dort findest du viele weitere Tutorials zu allen möglichen Themen. Und wenn dir das Ganze gefällt, dann lass uns doch direkt noch ein Abo da, um nichts mehr zu verpassen. Und ich freue mich, dich in einem anderen Tutorial mal wieder begrüßen zu dürfen. Bis dann!